Es ist ein weiterer Umfrage-Tiefstwert für die SPD. In der aktuellen MNIT-Befragung für die BILD am Sonntag erreichen die Sozialdemokraten den schlechtesten Wert, der von diesem Meinungsforschungsinstitut bisher gemessen wurde. Die Union bleibt in der Erhebung bei 33 Prozent. Die SPD verliert im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte und kommt nur noch auf 17 Prozent. Die Grünen bleiben bei 11 Prozent. Die FDP gewinnt einen Punkt und liegt nun bei 10 Prozent. Die Linke kann ebenfalls einen Punkt dazu gewinnen und erreicht 11 Prozent. Auch die rechtspopulistische AfD kommt mit 15 Prozent auf einen Punkt mehr als in der Vorwoche.